Egal, jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Elden Awake. Schauen wir mal, wir sind ja immer noch schwerst am Kämpfen und hatten zuletzt keine Muni, ne? Jo, Lover's Peak sollen wir immer noch erreichen. Meine Güte. Stimmt, ach wir hatten ja wieder Munition dadurch. Ah, ja richtig. Völlig vergessen, ne? Hauen wir gleich mal die aufladen. Und da ist auch schon wieder die nächste Manuskriptseite. Meine Güte, ey. Geile Gegend. Ich find's so richtig geil, immer hier. Das ist schon wieder so ein dreckiger Vogel. Ey, du. Aber das ist nicht von mir aus beeindruckend. Jetzt kommen gleich wieder die nächsten. Ich weiß es nicht schon. Es ist nämlich scheiße. Hallo. Wo bist du? Was ist denn so einer? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße, alles wieder näher. Ich hasse so'n Köck. Scheiße. Ach, diese Pissnaps, ey. Voll unfair, die Stelle, ey. Was soll denn das? Mann. Ja toll, hier kommen sie zu fünft an. Ich hab keine Chance, der hier. Ey, so scheiß unfair ist scheiß, mag ich nicht. Ja, ich weiß schon, du kommst hier. All die Digger, geh mir jetzt auf den Sack. Tu, ich lauf hier einfach zurück, ey. Lass mich hier nicht verarschen von euch. Ja, kommen sie. Jetzt kann ich sie nämlich... Jetzt kann ich sie schön einzeln Dicken. Scheiße, ich hab nur einen Schuss. Ja, nein. Du Schwanzlutscher. So, einen Generator machen, der mir nichts zu pissen. Äh, Scheiße, ey. Wie soll ich dir die Stelle machen? Boah, das langweilt mich. Ich hab keine Schmuni. Äh, wo kommen die Muni auf einmal her? Ey, Scheiße. Hab ich sie vorhin übersehen. Ja, Jungs. Jetzt ist kein Problem, ey. Komm mal her. Oh. Das ist ein bisschen besser. Du holst was, hä? Digger. Ja, mit Muni sieht das anders aus. Ja, klar. Toll, ey. Ist jetzt wieder welche da? Ja, pießt mich das. Ja, hab ich dich voll, voll übersehen. Meine Güte, ey. Stepp, ey. Meine Güte, was ist hier? Egal. Ja, geht schon gut los, ne? Erste Scheiße mit dem Virus und jetzt so ein Kack, ey. Die wissen müssen, dass ich hier... Mann, Mann, Mann. Wo lang muss ich jetzt? Ich schwöre, jetzt kommt bestimmt gleich... Äh, wo ich hier einfach durchlaufen kann. Ich schwöre es dir, da gibt es jetzt aber auch das Maul. Was ist denn hier für ein lustiger Platz? Das ist der Pumsoort hier. Ich bin immer noch gepisst, weil... Ich weiß nicht, ob ihr die anderen Videos gesehen habt, aber da hatte ich voll viel Muni, ne? Ich hab extra die ganze Zeit gespart und nicht die dicken Waffen rausgehauen. Und dann so glatt gehen, dann kam ich neu. Mann. Da pisst mich voll. Was war das denn jetzt hier für eine Scheiße? Weil der ist und so. Was ist dich jetzt? Ich bin ein bisschen pisst gerade. Ey, was hat so was? Das pisst mich. Diese... Künstliche... Ähm... Soll ich sagen... Günstliche Munitionskrabheit, ey. Muss nicht sein, zum Teil. Ah, das Ding, das nervt mich. Ach, egal. Scheiße, ey. Was ist das denn jetzt hier am Boden? Wo kommt denn da hier so ein Scheiß am Boden jetzt? Jo, wie kommen die rein? Hallo? Ah, ja. Okay, alles klar. Muss ich natürlich sagen, ey. Und Snaps. Jo, da waren wir weiter. Was zu hören, war das jetzt schon wieder, ey. Kontrollpunkt erreicht. Nee, doch nicht. Piss dich, du scheiß Vogel, ey. Gratler biffs, ey. Ah, Snapsack, ey. Heute, okay. Ich geb's so, heute fluch ich ein bisschen viel. Aber... Mann, hat mich das gelang, weil... Ich mag die eigentlich voll gerne, diese Axtfreaks, aber... Ey, wenn's unfair wird, dann nervt mich irgendwie. Wie, grad war's irgendwie scheiße, ey. Emotionsgesamtheit. Das ist jetzt irgendwie... Letzten Take war es ja auch so. Muss ich die ganze Zeit weglaufen. Weil ich keine Muni hatte. Ja, muss nicht sein. Gut, dann wollen wir mal... Wetten, der Stütz wahrscheinlich gleich jetzt hier runter. Kommt euch hier, kann man sich eigentlich auch ducken, irgendwie oder so. Ja. Ja, ey, war... War doch klar, oder? Oh, das ist schon wieder diese Freaks, ey. Scheiße, ich hab doch schon uns gewischt, und... Juck, der Typ ist cool, Alter. Wie, es kommt noch mehr? Der ist ja voll chillig drauf, Alter. Geil, besser, ne? Das ist eine. Geil, Alter. Und ich hab auch mal eine gescheite Begleitung, ey. Nicht so ein Pussy, ey, wie den Bake. Okay. Alles klar. Ach, das ist der Pisser vom Anfang. Jo, Digger. Cool, endlich mal zu zweit unterwegs. Scheiße. Aber da kommt meine... Was muss ich denn machen, ey? Ach so, ihr seid ja, Mann. Alle Digger, ich hab's grad nicht gecheckt, ey, was ich machen muss, ne? Nein. Jetzt halt weiß ich's. Ey, das war jetzt mal richtig ne Epic-Fail-Forgung von mir. Können Sie sich schon drauf freuen, ey? Machen Sie Schaden! Oh! Sehr gut, Alter. Marinale! Sie verziehen mir auch viel besser, die Leute. Jetzt müssen wir uns nicht verziehen. Jetzt stimmt mir. Ja! Motor war das schon.